So, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Mehr für mich. Mehr für mich. Die Aufnahme läuft, und dann würde ich sagen, ich habe jetzt Zeit, dass ich es richtig abziehe, wo ich wieder gescheitert habe. Ähm... Sophie ist auch nicht geschickt geworden. Abgeschaut, ey. Ja, dann würde ich auch nicht die schwule Farbe. Würde ich mal irgendwas sagen. Und das Problem ja noch. Ja, komischerweise. Ja, wenn du ein Player beschwunden hast, der wird das dann als Sieger, äh, äh, als Sieger. Oh, 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 oh. Ich merke. Oh, das geht einfach rein. Nur Adler, jetzt nicht so mit dem Scheiß dran liegen. Ja, das wäre mir schwierig. Und mir das nicht den Scharmen zu sehen. Ach Gott, mein Doki so fast verdruckt. Für uns hat erdem, beim Display drin. Wow, Schöner ist zutief. Schöner ist das ja. Ja, natürlich. Das kann irritierend sein, wenn beide gleich haben. Ja. Was ist das? Okay, das hat aber auch noch funktioniert. Was ist das Breaker-Boot? Ja, das kann ich auch noch nicht sagen. Fuck. Der geht auch gleich wieder. Mixed up. Wolltest du wechseln oder was? Hast du mir gerade dran? Ja, ich wollte einen anderen machen. Ja, natürlich auch. Schön. Ja, das ist geil. Wir haben keine Reaktion gerade dabei. Ja, das ist geil. Ja, das ist geil. Ja, das ist geil. Wir haben keine Reaktion gerade dabei. Ja, das ist geil. Ja, das ist geil. Ja, das ist geil. Aber auch sie aus, was in Richtung gekommen ist. Wenn ich es nicht ziehen, ist es anders, ich sag. Oh, das hab ich gemacht. Oh. 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 Ich kann doch mal jedes Mal rausnehmen. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich bin mal lange dann einfach zu ignorieren oder so, ja. Und den gebrockst. Ich hab' mal rausgefunden was den Advanced Gart da angeht. Ich weiß nicht, ob er wohl nur auswählen auf A oder B. Aber wenn du denn bei Blocken machst, dann verlierst du fast keine Energie, ne? Okay. der Bekannte aber später war also der Fläche wurde noch mal für die Erfüllung gar nichts külpten die machte das ist ähnlich als musste in die Funktionierung die Europäische Ja genau, das werden wir uns hier nicht eher probieren. Du weißt ja, das wären 3er-Sport. Ich erweig sie ja, du. Ich weck 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 sie ja. Nicht bewusst. Ich glaub, ich hab das gemacht, weil ich versuch dann Special aufzubringen. Und die Blocko in A oder so. Aber wo machst du das? Nee, B. Ja? Du hast recht, oder? Ja, du hast recht, oder? Du hast recht. Du! Nö! Übrigens, wenn du Teleport machst, kannst du dich immer greifen, ne? Hast du schon gemerkt, das steht. Schön für dich. Aber der Link ist es schon für mich. für dich. Und du hast recht, oder? Du hast recht, oder? Ja, du hast recht. Du bist ja auf die Seite. Geil, das war ja der Asi-Angriff. Wie man das möchte. Du bist ja auch ich nicht. Ich hab' 5 Specials, muss mal zum Vorraue, oder? Ich hab' 5 Specials, muss mal zum Vorraue, oder? Ja, aber Glicker ist sauer, weil ich kann schon schön Glicker drücken machen. Schade. Geil für mich, der noch durchstellt, ey. Wenn du das nicht so geil gefunden hast, ist mir klar. Oh, das trifft. Angeplottet. Schweigert. So muss das hinnehmen. Klaus Blutwurst. Ich hab noch vier Spiele zu brechen. Verdammt, was mache ich jetzt? Ja, 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 verdammt. Verdammt. Geld ist so geil, der muss, dass wir es benutzen. Es ist schlimmer. Ja, also, überlegen, außer drei Spiele vom Zero ab. Ich hab nichts gemacht. Das ist so, wenn ich feste. Das stimmt so, ich kann mich schon irgendwie dran erinnern. Das ist doch nicht schlimm. Schön. Ich hab mich ernst, aber annehmen. Ich hab's ehemowichtig gemacht. Oh fuck, was mach ich da? Ich hab's ehemowichtig gemacht. Ich hab's ehemowichtig gemacht. Ja, das wäre ein schönes 3-Estoy-Beats. Pfff! Toll, jetzt kommt sie nicht bei beiden. Das ist doch schön. Ey! Was? Seid ihr da? Die ganze Lange! Wir sind auch gezippt. Es ist das Kumpel von der Support oder? Wir sind nicht. Schau das an, wie ich mich abziehe. Ja, sie ist nicht. Ja, ich habe das noch gezwungen. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hab mit dem Special getroffen, ich bin stolz auf mich, du hast. Ja, ich konnte nix noch gar dabei. Naja, der stirbt mir glücklich. Ich glaube, deine sehen ein bisschen ungesund aus, wenn ich muss sagen. Das kommt dir nur sofort. Oh, du hast noch Lobby-Gunsch. Oh, gerade noch so. Ja. 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 Langsam höre ich's raus, so irgendwie. Ja. Ja, wenn Mo fährt ohne zu blocken und stattdessen auch blockt, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Ja. Ja, stimmt. Ich wollte schon extra. Ja, ich brauche jemanden, der irgendwie kleine Specials rausfrauen kann. Ich würde mir eigentlich noch den Sandsack infallen, aber der muss nicht unbedingt. Ja. Ja. Ja, der hat zwar einen Sandsack-Modus, aber den kann ich nicht spielen, also... Sandsack-Modus, ey. Oh, wer hat jetzt wieder ge-Frank-Wasted. Frank-Wasted, ey. Diesmal auf Video. High-Life, ey. Ja, dann gibt da noch Mühe, ey. Das ist jetzt 2 für dich. Also mit dem Chump von Obidore, hätte ich fast genug rauskriegen, der doch effektiv in Bedroir ist. Weil wir einfach ein DASH jetzt machen. Das ist 2-Ram. Das ist 2-Ram. Das ist 2-Ram. Das ist 1-Ram. Oua, ich würde mich noch nehmen lassen. Ja Klar... Ich hab grad durchgefloert irgendwie. Geh an. Ich hab geblockt, äh. Glaub ich, wie du hierherkommst? Ich hab nur Büro. Okay, jetzt hab ich mich gewundert, ob du das mit Assis gemacht hast oder ob's nur Klick war. Was gibt's denn, dass dieser kleine hässliche Zwerch mich fertig machen kann? Boah, das wär ein Dreierstmisschen. Genau. Ich kann gar nicht mit meiner Feuer-Faust-Zu-Tore-Fiste. Aber das glaub ich. Fast noch sterben. Aber nur fast. Ich kapier das Blocksystem. Manchmal kann ich sehen, unmöglich die Situation. Oh, komm jetzt, ey. Ich komm gar nicht ran. Und was zieht mir so viel Energie ab? Die normale Treffer-Gon? Das ist ein Dreiviertel von seiner Energie, aber so. Und so ein paar Zombies, die von über 100 Wolle krieg ich, das ist alles auch so. Jetzt bin ich nah. Dann geht's. Das ist ein Dreiviertel von einem Flakest-Tone. Der russiert-Ther suffer. Dann ist-kleber, das ist gut. Oder ist es ein Dreiviertel von der ten Flakest-Toe. Dann geht's weiter. Überschrech-Toe. Dann geht's. Dann geht's. Dann geht's. Dann geht's. Dann geht's. Das war's bei, da. Treppe. Schade. Passt noch hingeschafft. Aber das reicht nur. Das gehört mir, glaube ich. Oh, das reicht doch. Ich guck, dass der so Reichweiter mit hat. Ja, ich dachte, dass der noch Treppe kann. Wunderbar. Ich wurde nicht gefreckt. Ich wurde 8-gefühlt für Joe. Der hat einen ganz schönen guten Ring gehabt. Obwohl er nichts kommt. Der hat 2-0 Reichweiter wäre schnell, ne? Mhm.